Not im Nirgendwo – wahnsinnig antörnender Kontrollverlust Ausgerechnet in dem neu erschlossenen Baugebiet, in dem sich keine Toiletten befinden, muss Tobias nötig groß. Es drängt dermaßen stark, dass er fast die Gewalt über seinen Darm verliert. Seine Frau Lisa erregt die brenzlige Situation aufs Äußerste. Wird er am Ende gezwungen sein, vor ihren Augen die Hosen herunterzulassen? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de